Guten Morgen meine Liebe, herzlich willkommen zum Trailer hier auf YouTube für mein neues Wunschpartner-Orakel. Ja, ich habe mich mal wieder für die alte Version entschieden. Du kriegst aus dem Kart Herzenfühlen oder aus dem Deck Herzenfühlen eine Karte, eine Botschaft deines Wunschpartners, deines Seelenpartners. Ich habe ein Viererdeck gelegt und du darfst dich wieder für eine Reihe entscheiden. Und meine Frage war, gab es bei ihm jetzt zum Vollmond, der jetzt war im Skorpion, endlich die ersehende Herzöffnung? Und wenn ja, was hat er noch zu tun oder worauf sollte er achten? Dass du natürlich auch hier einige Informationen erhältst, das ist ganz wichtig. Dann haben wir natürlich wieder eine Hauptenergie und zwei Klärungskarten. Und du siehst schon, in der Hauptenergie liegt das Kreuz. Dann haben wir den Stern, auch für die spirituelle Aufgabe. Und du, und du schaust auch in diese spirituelle Aufgabe. Also das heißt natürlich, hast auch du Aufgaben. Und wir hatten es ja jetzt oft in den Videos mitgeteilt, dass es ganz, ganz wichtig ist, dass eigentlich, ja, die Loslasserin hier mal ein Zeichen setzt. Und es ist ganz wichtig, denn er muss, er muss einfach spüren, diese Verlustangst, die Sehnsucht, die muss er spüren. Und dass du vielleicht weg sein könntest. Ganz, ganz wichtig. Das kannst du auch auf energetischer Basis. Du musst keine Worte, keine Zeilen niederschreiben. Das musst du nicht. Du kannst es auf energetischer Basis. Du kannst dich ihm entziehen. Ja, den Link zum Video findest du wie immer unten in der Infobox. Das Video gibt es auf Vimeo und natürlich auf unserer Webseite. Ich freue mich, dich gleich im Hauptvideo begrüßen zu dürfen. Bis gleich, meine Liebe.